Herzlich Willkommen Leute zu nem kleinen Ründchen Call of Duty Black Ops 4 Multiplayer mit Early und Alex. Er sagt kleines Ründchen a la wir hauen ja allen um. Ich hab ne Waffe. Guck mal. Stimmt. Seht ihr mich da stehen? Ich kämpf mit Fäusten. Ich muss meine Shotgun leveln. Deswegen. Ich hab nur ne Shotgun mit allen Aufsätzen. Das ist jetzt mal Jam jetzt. Ja machen wir easy. Kontrolle. Die Spitfire. Das ist mei. Ah du hast die Spitfire schon ich hoffe da komm ich heute auf. hinten. Ja was machst du denn mit der Spitfire wenn er auf Pferd und kämpfen muss? Äh rankommen. Du hast hier ja nicht so long rage wie im Battle Royale Modus. Ach du scheiße das sind ja 100 Leute. Der Feind kämpft um Bravo. Einer low. Der ist low. Sehr gut. Mit der 2. Ich bin level 1. Ja das ist gut. Das ist gut. Wir haben aber ne schöne Lobby muss man sagen. Die Spitfire man merkt schon. Ich seh es schon im Feed. Ja ja. Ich will sie auch. Ne das ist nicht early. Achso ich bin auf B. Das ist gut. Wir tappen aber A in der Zeit. Ich geh nochmal zu B rüber jetzt. Hälfte gehabt. Wir sind gerade viele. Ja wir kriegen ja. Ja wir kriegen ja. Ja sehr gut. Die müssten jetzt drauf kommen. Hä? Ist ja wie geil. Oh fuck Allah. Ja. Ich kann ein Swornbeak setzen. Leute das ist. Nutzt mein Swornbeak. Ich hab das in deren Base versteckt. Ihr müsst auf der Map dann drauf drücken. Das hält nicht ewig. Ah ok das kann ich nicht. Das heißt man kann dann da respawn oder wie. Ja auf der Map kannst du bei mir respawn. Und soll also. Der Feind kämpft um Brau. Ich komm durchs Wasser. Ich hab bis heute nicht verstanden wie das Spotting System gut funktioniert. Bei COD. Läuft. Läuft. Sondern man muss sich vorlegen. Äh ne. Du siehst ja auf ähm. Auf dem Radar wo du hinguckst. Und sobald Gegner in den weißen Dingen drin ist. Äh sehen wir den. Was hat der mich denn getötet. Hä lol. Also ich versteh halt so. Manchmal ist es. Ich glaube ich muss erst in das Spiel reinkommen. Aber es ist irgendeinem Anfang. Es wirkt halt teilweise so. Als wenn die Waffen die die anderen haben. Halt immer 100 mal stärker als meine. Ja du brauchst ja die Skullpfeier. Ne der hat ja mit der gleichen Waffe geschossen wie ich. Ok wie kommen wir da ran jetzt. Tappen schon. Wir tappen gerade. Oh. Da hinten geht die Post ab. Rann. Die sind wieder drauf die Boys. Wir haben nur noch wenige Leben. Gebt vorsichtig vor. Wir sind Out of Life. Die auch? Ne. Wir sind besser. Da kommen drei Leute gleich rein. Boah die Schotty zu leveln ey. Ich hab zwar Bock drauf. Ich werd wahrscheinlich die auch schnell freispielen. Die Aufsätze. Aber das muss erst mal sein. Die Söldner kämpfen um B. Das feindliche Team hat keine Leben mehr. Wir nehmen B ein. Ganz hinten hängt einer. Was hat der mit dem für eine Waffe gehabt? Er hat einer P. Abschuss. Er kommt. Bravo gesichert. Alle Zonen infiltriert. Nice. Doch die konnten mich nur killen. Das war ja Asi. Keine Glanzleistung. Aber. Ja wie viele Kills hast du gemacht? Das steht ja gar nicht da oder? Doch Tapp und dann unten. Ne du. Wie viel hast du gemacht? Ja ich hab ne neun gemacht. Wie viel hast du gemacht? Kannst du mich ja fragen. Ja. Sagen wir mal ungefähr gleich. Ich hab sieben. Verhindert dass feindliche Streitkräfte unsere Zonen übernehmen. Ich kann Spawn Beacon setzen. Ich setze es direkt vor A. Just. Der Taktikeinstieg geht online. Wir verteidigen A. Eine noch da? Achtung feindlicher Taktikeinstiegsmarker ist aktiv. Ah fuck ich hab den Einstiegsmarker nicht. Sie nehmen A ein. Achtung da hingegen wurde ne Tacke rum. Ja. Verbündeter Taktikeinstiegsmarker offline. Vollstreckerin vollstreckt. Er ist auch low. Er hat sie natürlich geheilt. Das macht eigentlich ganz anders. Clustergranate. Viel Spaß damit. Ja natürlich. Bereit für etwas hochzusorgen. Ah warum. Wann hat der denn für ne Waffe dass er mich mit drei Schuss umhaut. Der hab ich dreimal getroffen aller. Und ich hab fünf, sechs Schüsse in ihn rein. Wir kämpfen um Alpha. Boah. Macht der Nagtkampf. Wir verteidigen B. Oh je. Die Söldner werden von all unseren Zonen zurückgekämpfen um A. Boah. Das war so schlecht. Boah. 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 Direkt los. Boah. 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 Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist da gezählt. Der Feind hat kein Leben mehr. Drei fucking HP aller. Die tappen B aber durch. Wir wollen noch ein paar Punkte für Kingsley. Wir verteidigen Bravo. Wir sind nicht mehr viele. Ich zähle auf jeden einzelnen. Haben sie B? Jaja, B haben sie. Haben aber nur noch die vier Leben. Keine Ultis verwenden. A wird jetzt eingenommen, oder? Ne, ne, haben wir ihn getötet. Fuck. Kam im Auto. Hier Leute, noch einer ist hinter A. Einer ist bei uns in der Base. Hab ich. Ne, noch einer bei uns in der Base. Ich lauf ihm grad hinterher. Hab ihn. Hey. Wo ist er denn? Im Wasser? Bei A hab ich ihn kurz gesehen glaube ich. Oder? Ja. Unsere Base? Ist low. Er hat keine Ahnung gedrückt. Er tappt gerade. Wer denn noch von A? Ja. Über Biene. Hallo wie viel kürztest du? 20. 10. Dann können wir nach Hause. 10. 10. 0. Jetzt komm ich. Wow. Ja. Er hat ein HP gehabt. Hab das gesehen. Ich hab noch ein Shot gebraucht leider. der ist richtig mobil gewesen ja aber ich warte ob es irgendwo dann sind b zuerst war durch die mitte mir ist das egal ja also wir können wahrscheinlich oh nein einer ist raus erledigt an meinem spawn beacon spawn noch ging es einstiegsmarker ist offline nehmen mehrere zonen ein nein doch immer von hin und vorn ja wir haben bilder easy oder ich gehe mit der macht nix was ist denn da geh langsamer zu A rüber jetzt kill er mal rein ich glaube wo kommt der denn her die 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 Leute! Hilfe! Ich bin hier alleine! Nein! Oh Mann! Das ist ja schön gewesen, ihr habt die grad so schön outplayed. Ich hab auch ne Hellstorm, go! Komm, ballert rein. Ja, eh. Äh, ich seh ihn nicht. Doch, ich seh ihn. Wir liegen vorn. G, G! 28, 14. 30, 12. 27, 10. Das ist der Revolverkill, der double. Ja, pass auf, pass auf. Daneben, beide mit einem. Und jetzt kommt noch ein richtig schöner. Ich dachte, das war der, den ich auch gesehen hab. Ja. Hab ich auch noch geschossen. Der war nett! War ein 3-0, oder? Ja. Ein kleines Ründchen im Multiplay. Ich hab ja gesagt, Early wird nur ein kleines Ründchen. War ne lockere Ründe nebenbei. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like. Da schaut bei Alex und Early vorbei. Wir sehen uns im nächsten Multiplay-Ründchen wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.